Ja, auch von meiner Seite aus nochmal einen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und ich möchte in meinem Input-Vortrag zu drei Aspekten Stellung nehmen, die eigentlich für sich genommen jeweils auch schon abendfüllende Themen wären. Das eine ist die demografische Entwicklung in China, die bei dem ehemals bevölkerungsreichsten Land der Welt natürlich ein sehr wichtiger Aspekt ist. Das zweite ist die Sozialpolitik, also wie reagiert der Staat auf diese Dynamiken, die sich da abzeichnen. Und das dritte ist dann, wie wirkt sich das aus Sicht des Einzelnen, aus Sicht der Familien aus, was bedeuten diese demografischen Umwälzungen für die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern verschiedener Generationen, also die Care-Beziehung, die Pflegebeziehung. Beginnen wir mit der Demografie. Das ist natürlich ein Thema, was an sich danach schreit, dass man mit Statistiken arbeitet. Ich will es aber so knapp und so bündig wie möglich halten. Sie wissen alle, dass China über dreieinhalb Jahrzehnte hinweg eine sehr strikte Geburtenkontrolle durchgeführt hat, die sogenannte Ein-Kind-Politik. Ich sage sogenannte, weil die so für die Landbevölkerung nie in der Schärfe gegolten hat, zumindest nicht mehr seit Mitte der 80er Jahre, sondern da war eigentlich immer noch eine Zweikindfamilie absolut gängig. Und die Landbevölkerung hat ja auch erst etwa 2011, 2012 die Stadtbevölkerung an der Gesamtbevölkerung überholt. Insofern war das ein ganz erheblicher Teil der Bevölkerung, die eben nicht ein Kind vorgeschrieben bekommen hatten, sondern eher zwei durften. Aber trotzdem hat das natürlich dazu geführt, dass die Geburten rasch zurückgegangen sind. Die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer, das ist die Statistik, die angibt, wie viele Kinder eine durchschnittliche Frau, die es natürlich so nicht gibt, pro Leben haben würde. Diese zusammengefasste Geburtenziffer ist erheblich gesunken, hier jetzt nach Daten der Vereinten Nationen von 2,75 auf 1,18. Um die Bevölkerung stabil zu halten, müsste man etwa 2,1 Kinder pro Frau haben. Das heißt, wir befinden uns also in einem sehr niedrigen Niveau, bei dem ein Bevölkerungsrückgang unvermeidlich ist. Das bedeutet auch, dass natürlich die Alterung sehr schnell und sehr drastisch jetzt über China hereinbricht. Manche Kommentatoren sprechen etwas reißerisch auch von einem grauen Tsunami, der da auf China zurollt. Aber man sagt so anhand der international vergleichbaren Daten, dieser Schritt von 7 Prozent Anteil über 65-Jährige an der Gesamtbevölkerung auf 14 Prozent. Das ist der Übergang von einer alternden zu einer alten Gesellschaft und das hat China innerhalb von nur 27 Jahren hinter sich gebracht. Wenn man das vergleicht eben mit den Industrieländern heutzutage, da hat dieser Prozess ganz erheblich viel länger gedauert. In Frankreich über 100 Jahre, in Deutschland oder in den USA zwischen 50 und 65 Jahren. Also da ist China sehr, sehr viel schneller von dieser Bevölkerungsalterung tatsächlich überrannt worden. Allerdings, und das gehört auch dazu zum Vergleich in der Region, steht China nicht allein damit, sondern Ostasien ist insgesamt eine Region in der Welt, die von sehr niedrigen Geburtenziffern geprägt ist und wo eben auch die Alterung sehr schnell Einzug gehalten hat. Das bedeutet natürlich auf die Gesamtbevölkerung Chinas von 1,4 Milliarden gerechnet, dass wir sehr, sehr viele alte Menschen jetzt schon haben, nämlich 267 Millionen aktuell mit, die über 60 Jahre alt sind, knapp 19 Prozent der Gesamtbevölkerung und wir wissen ja auch schon, wie das sich in den kommenden Jahren entwickeln wird, weil die Leute ja schon geboren sind. Das heißt, wir können bei diesem Blick hier auf die Daten schon sagen, auch wenn wir jetzt hier sind bei 2020, das Medianalter liegt bei 37, das wird bis zur Mitte des Jahrhunderts auf über 50 Jahre steigen. Dieselben Prognosen auch der Vereinten Nationen sehen Deutschland dann mit einem Medianalter von nur in Anführungszeichen 47 Jahren. Also wir wären dann weniger alt als China. Und China ist natürlich auf einem sehr viel niedrigeren Entwicklungsniveau, als wir das sind. Also in der gängigen Sprache der Presse heißt es immer, China wird alt, bevor es reich geworden ist. Ich habe Ihnen ja auch die Lebenserwartung mit abgebildet, denn die ist natürlich ein maßgebender Faktor bei dieser Alterungsgeschichte. Das ist ja eigentlich ein Erfolgsindikator für Chinas Entwicklung, dass die Menschen länger leben. Und das trägt aber natürlich auch dazu bei, dass die Bevölkerung insgesamt rasch altert. Und von den Alten sind eben immer ein gewisser Prozentsatz dann auch pflegebedürftig, was dann die Sozialpolitik auf den Plan ruft. Bevor ich dahin komme, muss man sich noch mal kurz vergegenwärtigen, dass China natürlich ein extrem heterogenes Land ist und dass diese Durchschnittswerte nur ein Einschlaglicht sind und immer auch mitgedacht werden muss, wie unterschiedlich die verschiedenen Landesteile hier rangieren. Nur als ein Beispiel, die Lebenserwartung bei Geburt in Shanghai, der Provinzregion mit der längsten Lebenserwartung, ist 13 Jahre länger als in den Provinzen Tibet, Guangxi und so weiter mit der niedrigsten Lebenserwartung. 13 Jahre Unterschied. Wenn Sie von der deutschen durchschnittlichen Lebenserwartung bei Geburt 13 Jahre abziehen, landen Sie bei Ländern wie Laos oder Nepal. Das ist die Dimension der Heterogenität, die wir in China in einem Land abgebildet finden. Also zur Sozialpolitik. Mein zweiter Punkt wurde eben schon von Elena Mayer-Klement kurz angerissen. Das Sozialsystem auch auf dem Land ist in den vergangenen 15 Jahren in etwa sehr stark ausgebaut worden. Aber es ist eben auch sehr stark segmentiert und das bedeutet, große Ungleichheiten sind auch hier in der sozialen Behandlung zu finden. Wir haben einmal, das ist sozusagen die Deluxe-Variante Pensionssystem für die ehemaligen Staatsbediensteten. Das betrifft aber nur etwa 13 Prozent der mittlerweile über eine Milliarde Versicherungsnehmer in den verschiedenen Rentenversicherungssystemen. Dann gibt es eine Rente für Arbeitnehmerinnen in den Städten. Das sind in der Regel also nur städtische Bevölkerungsteile, die hier drin sind. Das sind die, die aktiv über ihren Arbeitgeber eingezahlt haben in die Sozialversicherungssysteme. Das sind etwa 34 Prozent der Versicherungsnehmer. Und das Gro bekommt nur eine Art Basisrente, die als Auffangbecken zuerst für Land- und Stadtbevölkerung getrennt eingerichtet wurde, später aber dann in eine Versicherung zusammengefasst wurde. Das ist also etwa 53 Prozent der Versicherungsnehmer, also dieser über eine Milliarde Versicherten. Aber die Absicherung findet wirklich nur auf einem sehr basalen Niveau statt. Das heißt, davon kann man nicht wirklich leben, geschweige denn Pflegekosten oder schwerere Krankheitskosten abfedern. Die chinesische Regierung und Bevölkerung und Gesellschaft leistet sich einen sehr frühen Renteneintritt dafür, dass sie schon vergleichsweise alt ist. Männer können in den Städten ab 60 in die Rente gehen, Frauen in nichtkörperlichen Tätigkeiten ab 55 und Frauen in körperlichen Tätigkeiten bereits ab 50 Jahren. Es wird seit Jahren unter Fachleuten angeraten, diese Renteneintrittsalter sukzessive anzuheben, wie das ja in vielen Nationen die Alterung als Problem identifiziert haben, getan wird. Aber bisher hat sich die Regierung dazu noch nicht durchringen können. Das ist ein politisch sehr heißes Eisen, an das man sich bislang noch nicht herangetraut hat, auch wenn es immer wieder diskutiert wird. Und was ich eben schon angedeutet habe, wir haben also nicht nur zwischen Stadt und Land extrem große Unterschiede zwischen den verschiedenen Versicherungsarten, was die Rentenauszahlung anbelangt, sondern eben auch innerhalb der Systeme in den Städten. Das heißt, wir haben wirklich eine segmentierte Gesellschaft für die Alten. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein gewisser Prozentsatz der alten Menschen immer auch pflegebedürftig ist, hat die chinesische Regierung bereits seit den 90er Jahren angefangen, langfristig zu planen, wie man auf dieses Alterungsproblem reagieren kann. Und seit etwa Beginn der 2000er Jahre ist das in ein sogenanntes dreistufiges System gegossen worden, das zunächst mal auf die Familie setzt, dann auf die Nachbarschaftsviertel, in Städten vor allen Dingen und auf dem Land dann auf die Dörfer. Und aber als Drittes dann auch auf den Ausbau einer institutionellen Altenpflege in Altenheimen und ähnlichen Einrichtungen. Und Sie sehen, dass dieser Ausbau dieser dritten Säule der Altenheime extrem stark vorangetrieben wurde. Also in diesem Zeitraum, den ich hier abgebildet habe, hat sich die Zahl in etwa vervierfacht, auch wenn es in den letzten wenigen Jahren eher ein Abflauen dieses Ausbaus war. Das sind Altenpflegeplätze, die von den Städten häufig auch unter Zuhilfenahme von privaten Investoren aufgebaut wurden. Die Regierung hat angewiesen, solche Private-Public-Partnerships zu favorisieren. Die Altenpflege sollte auch als eine weitere Industrie aufgebaut werden, also Richtung Kommerzialisierung. Man hat Versicherungsunternehmen mobilisiert, da rein zu investieren, Hotelketten und so weiter. Immobilienunternehmen sind sehr stark da reingegangen, weil es eben über den Aufbau von Altenpflegeeinrichtungen dann auch möglich war, an sehr gute Grundstücke ranzukommen. Also die Frage der Urbanisierung begegnet uns auch hier wieder. Dann wurde irgendwo in einer Ecke eines zu entwickelnden Grundstücks ein kleines Altenheim gesetzt und der ganze Rest wurde mit Luxuswohnungen vollgemacht. Das ist dann für den Investor auch ein gutes Geschäft gewesen. Das führt aber dazu, dass viele dieser Investments einen sehr hohen Markt, ein sehr hohes Marktsegment anstreben, das sich nicht unbedingt jeder leisten kann. Wir haben viel Leerstand in diesen Altenheimen, gerade in denen die etwas teurer sind, wie beispielsweise dieses Heim für betreutes Wohnen, das ich in Chengdu besichtigt habe. Das ist also ein sehr gehobener Standard. Da wird auch viel Angeboten, Kalligrafiekurse, Fitnessstudio, alle möglichen musischen Angebote, um den Bewohnerinnen und Bewohnern eben auch eine hohe Lebensqualität im Alter zu sichern. Aber das muss man sich eben auch erst mal leisten können. Sehr viel einfacher ist dieses Altenheim gehalten, das ich in Suzhou besichtigt habe. Das ist für umgesiedelte Bauern, die eben ihr Land verloren haben im Zuge der Urbanisierung und dann auch keine Familie mehr hatten, die sich um sie kümmern kann. Also das ist dann schon deutlich rudimentärer, auch was die Sporteinrichtungen angeht, andere musische, kulturelle Angebote sehr viel bedürftiger. Einer meiner Doktoranden hat sich ein solches Altenheim in der Stadt Wuhan genauer angeschaut und die soziale Welt dieser Pflegenden dort genauer untersucht und eben unter anderem festgestellt, wie stark da auch wieder Stadt und Land ineinander greifen. Denn die meisten Pflegenden in diesen Altenheimen, Altenanrichtungen kommen natürlich vom Land. Das heißt, wir haben da eine ähnliche Care-Chain, wie wir sie auch international kennen, dass die Pfleger, die Pflegenden von den weniger prosperierenden Gegenden herkommen, um reichere Leute zu pflegen, ihre eigenen Verwandten aber auf dem Land zurückgelassen werden. Denn nicht nur diese Menschen, sondern auch alle anderen Wanderarbeitenden, die Elena Meyer-Clement vorhin genannt hat, also diese unglaublichen Millionenzahlen lassen vielfach ihre Familien dann auf dem Land zurück. Und das betrifft eben auch sehr viele alte Menschen. Ich hatte es eben schon gesagt, die Hauptlast der Altenpflege ist auch nach den staatlichen Planungen weiter bei den Familien zu sehen. Die chinesische Regierung hat so als Motto ausgegeben, 90 Prozent der Alten sollen in den Familien gepflegt werden, sieben Prozent in den Nachbarschaftsvierteln, also auf lokaler Ebene durch öffentliche Angebote, aber auch durch kleinere Hilfsleistungen wie Essensservice, Tagespflegeeinrichtungen und so weiter. Und nur drei Prozent sollen in etwa in diese Altenheime kommen. Also 90 Prozent lastet weiter auf den Familien. Und das bedeutet natürlich, dass es eine enorme Belastung ist, gerade für solche örtlich verteilten Familien, wo ein Teil vielleicht in den Städten arbeitet und dann die Alten auf dem Land sind oder wo die erwachsenen Kinder vielleicht eben einfach in einer anderen Stadt wohnen. Weil das so ist und weil die Familien eben gefordert sind, in diese Lücke, die der Staat lässt, reinzugehen, wird von staatlicher Seite sehr viel Propaganda für den aus dem Konfektionismus kommenden Wert der kindlichen Pietät oder Schau gemacht. Das ist dieses Schriftzeichen, das Sie hier als Schattenriss sehen. Das soll einen alten Menschen darstellen, der von seinem Sohn getragen wird. Also das ist etymologisch sozusagen die Bedeutung dieses Schriftzeichens. Und Sie sehen das hier auch in dem Cartoon dargestellt. Oder Sie sehen solche traditionalistisch angehauchten Darstellungen, vielfach im Straßenbild in China, wo die eine Generation der nächsten Generation irgendetwas Gutes tut. Den Rücken massiert, die Füße wäscht, Essen bringt und so weiter. Das sind Dinge, die auf die chinesische Tradition zurückgreifen und eben konfuzianisch angehaucht sind und jetzt von der kommunistischen Führung wieder hervorgekramt werden, um eben diesen Wert in den Vordergrund zu rücken. Warum wird das so propagandistisch gepusht? Weil der Wert nicht mehr selbstverständlich ist. Weil die Familien unter solcher Belastung sind, ist es einfach nicht mehr normal und für alle leistbar, dass sie für die alten Menschen in ihrer Familie so aufkommen können.